Heute schauen wir uns 4 Altcoins ein, von denen ich denke, dass diese von einem erfolgreichen Ethereum Merge sehr stark profitieren könnten. Also heute sprechen wir über den Ethereum Merge und verschiedene Altcoins. Und wie du siehst hier, when Merge, wie lange dauert es denn noch bis zum Ethereum Merge? Nun, es dauert noch 12 Tage, denn veraussichtlich wird der Merge stattfinden am 13. September 2022. Dann, mit dem Merge wechselt der Ethereum-Konsensus-Mechanismus von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Das lang erwartete Event soll nun endlich stattfinden. Und ich habe noch etwas Spannendes herausgefunden bezüglich dem Merge, nämlich die Mt. Gox-Bitcoin. Du hast es sicher mitbekommen, die ganze Geschichte mit Mt. Gox, diese alte Bitcoin-Handelsplattform, welche dann mal gehackt wurde. Und seit Jahren warten diese Kunden, dass sie ihre Bitcoins zurückbekommen. Und es wird da immer ganz viel Panik gemacht werden, dass diese Kunden dann vielleicht verkaufen könnten und und und, wenn sie ihre Bitcoins wieder zurückbekommen. Und jetzt dieses Datum, wenn die Kunden ihre Bitcoins zurückbekommen sollten, wurde jetzt wieder verschoben. Und zwar auf den 15. September, wie wir hier von einem Kunden sehen von Mt. Gox, welcher auch auf seine Bitcoin erwartet. Er hat hier Post bekommen. Und das Release-Date ist jetzt eben hier dieser 15. September. Und das ist schon ein ganz, ganz spannender Zufall, dass das so nahe mit dem Merge übereinstimmt. Der Merge ist zwei Tage früher und genau zwei Tage später sollen die Mt. Gox-Bitcoin released werden. Das ist schon ein sehr spannender Zufall. Ich glaube, es ist mehr so wirklich ein Zufall. Aber das wird auf jeden Fall spannend, das weiter im Auge zu behalten. Grundsätzlich finde ich diese Mt. Gox-Story mehr Panikmache als sonst irgendwas. Weil ich denke, die Leute, die damals bei Mt. Gox Bitcoin gekauft haben, die wollen heute nicht verkaufen. Das sind wahrscheinlich ganz, ganz wenige, die hier verkaufen wollen. Also grundsätzlich mache ich mir hier keine Sorgen. Aber heute geht es ja um Altcoins. Und mit dem ersten Altcoin möchte ich gleich starten, weil ich mich denke, dass er von einem erfolgreichen Ethereum-Merch profitieren könnte. Und das ist Lido, L-D-O, Lido-DAO. Nun, was ist Lido? Lido ist eine Decentralized Staking-Plattform. Das heißt, du kannst dann deine Ether via Lido staken. Du kannst auch eine eigene Staking-Node betreiben. Und deswegen wird das Ganze eben Decentralized Staking-Plattform genannt, weil jeder eine eigene Note betreiben kann. Und Lido ist hier wirklich der Platzhirsch, was dieses Business anbelangt. Lido hat extrem viele Ether jetzt schon drin gelockt für Staking. Und ich glaube, diese Position werden sie auch weiter ausbauen hier als Platzhirsch, wenn es um Staking-Providing geht. Ebenfalls kannst du deine Ether bei Lido staken und bekommst dann Staked ETH zurück in Return, dass du trotzdem noch mit deinen Ether irgendetwas machen kannst. Das heißt, deine Ether sind ja nicht komplett gelockt und du kannst da nichts mehr damit machen, sondern du kannst sie auch tauschen gegen Staked Ether. Und das ist doch ein sehr interessantes Geschäftsmodell, was auch immer mehr genutzt wird, wie du auch sehen kannst am Handelsvolumen von Staked Ether. Also Staked ETH ist dann eigentlich ein eigener Token, ebenso ein Staking-Kontrakt eigentlich so quasi, kann man das sagen. Gut, wenn wir uns ein bisschen die Details von Lido Finance anschauen, dann gehe ich hier auf Token Terminal. Übrigens, Token Terminal finde ich eine sehr spannende Website. Das ist so ein Tracking-Tool, wo du verschiedene Token und Projekte tracken kannst. Und hier sehen wir schön die Protokolleinnahmen. Hier Protokoll Revenue von eben Lido Finance. Und das sind hier diese Balken. Und wir sehen doch schon sehr stark, dass hier dieses Protokoll enorme Einnahmen erzielt. Wir sprechen hier von realen Gewinnen, also Gewinne, die dieses Protokoll erwirtschaften. Die Gewinne in Form von Gebühren, die sie für ihre Kunden, also Kunden, die sie hier erwirtschaften für Leute, die eben hier staken. Und das ist schon wirklich heftig. Wenn wir hier nach unten scrollen, dann sehen wir hier unten, das auch noch im Vergleich mit anderen Protokollen, dann ist hier Lido ganz weit oben. Wir sehen hier, das Ganze sortiert nach Total Revenue. Total Revenue the past 30 days. Und hier hat eben Lido Finance knappe 25 Millionen Dollar an Revenue erzielt, alleine in den letzten 30 Tagen. Und damit sind sie auf Platz 4 mit anderen Projekten. Zuoberst natürlich Ethereum. Ethereum erwirtschaftet am meisten Gebühren, also Gewinne. Kann man wirklich sagen, Gebühren sind Gewinne von einer Blockchain. Aber Ethereum handelt natürlich auch ganz zu einem anderen Market Cap. Wenn wir hier Price-to-Earnings-Ratio anschauen, dann ist hier Ethereum wirklich deutlich, deutlich höher bewertet. Und wenn wir aber das Ganze mit Lido vergleichen, dann finde ich doch sehr spannend Lido hier zu einer spannenden Bewertung. Wir sind hier nicht so krass überbewertet. Wir haben hier, wir sind hier auf Platz 65 Lido. Also doch sehr, sehr spannend, finde ich doch. Wo war ich jetzt hier? Lido, sehr spannend aktuell bei dieser Bewertung. Und deswegen werde ich hier ganz sicher noch ein bisschen nachkaufen. Weil vor allem diese Einnahmen, du musst wissen, nach dem Merge wird es wahrscheinlich einen Run geben auf solche Staking-Protokolle. Die Leute wollen ihre Ether staken und dann werden die Einnahmen von Lido sehr stark ansteigen. Natürlich sind das keine geheimen Informationen, sondern das wissen natürlich alle. Alle wissen, dass es einen Run geben wird auf solche Staking-Protokolle. Und deswegen ist der Kurs auch schon recht gut angestiegen. Die letzten Monate, wenn wir irgendwo das hier uns anschauen. Also wir waren schon mal deutlich tiefer, sind jetzt schon sehr gut gestiegen. Aber ich denke, das könnten wir schon noch ausbauen. Also ich glaube schon, dass wir hier wieder Richtung neue Allzeithochs gehen. Diese waren hier bei 6,50 und jetzt sind wir bei 2 Dollar. Also bin ich hier wirklich sehr optimistisch, was Lido angeht. Dann der nächste Altcoin hier, Rocketpool. Rocketpool, was macht Rocketpool? Nun, es ist im Prinzip genau das gleiche wie Lido Finance. Rocketpool, auch ein Decentralized Staking-Provider, Staking-Protokoll. Ziemlich, wie gesagt, ziemlich genau dasselbe wie Lido Finance. Einfach ein bisschen kleiner und hier auch von der Marktkapitalisierung deutlich kleiner als Lido. Dann kommen wir zu einem nächsten Altcoin, was ich denke, könnte profitieren von einem erfolgreichen Ethereum-Merge. Und das ist Optimism. Optimism, ein Second Layer auf Ethereum. Genauer gesagt, ein Optimistic Roll-Up, also ein Roll-Up auf Ethereum, um eben Ethereum besser zu skalieren. Warum, glaube ich, wird dieser gut performen bei einem erfolgreichen Merge? Nun, bei einem erfolgreichen Merge gehe ich davon aus, dass die Nachfrage nach Ethereum-Blockspace steigen wird. Und bei steigender Nachfrage nach Ethereum-Blockspace werden auch die Gas-Fees steigen. Und somit werden Layer-Tools wieder attraktiver. Somit wollen wieder viel mehr Leute auf Layer 2 ausweichen. Und somit alleine aufgrund von diesem Narrativ, dass Layer 2 wieder attraktiver werden, könnte es schon sein, dass hier der Optimism-Token sehr gut performen könnte. Wir sind jetzt hier auch noch auf einer humanen Marktbewertung. Hier Platz 113. Von dem her sehe ich hier schon noch Luft nach oben für den Optimism-Token. Dann der nächste Coin, natürlich ein altbekannter Chainlink. Chainlink, der gute alte Daten-Liefer-Service. Chainlink ist der Daten-Liefer-Dienst für die ganze Decentralized-Finance-Welt auf Ethereum. Und natürlich, wenn Ethereum sich erfolgreich weiterentwickelt mit dem Merge, dann wird auch Chainlink davon profitieren und zwar sehr stark. Weil das Hauptgeschäft von Chainlink ist ja eben Daten-Liefer-Service. Chainlink liefert Daten und wenn die Nachfrage nach Ethereum steigt, wenn Ethereum stärker genutzt wird, dann wird auch Chainlink stärker genutzt und somit sollte dann auch der Chainlink-Preis anziehen, weil diese ganzen Daten werden ja mit dem Link-Token bezahlt. Wenn du ein Daten-Provider werden möchtest, dann musst du einen Chainlink-Node aufsetzen und dazu brauchst du auch Link-Token. Also wir sehen hier ganz viele Punkte, warum es für Chainlink wieder sehr stark anziehen könnte. Wir sehen hier, Chainlink war sehr stark gefallen die letzten Monate, Jahre. Chainlink war mal bei knapp 50 Dollar, war über 50 Dollar und jetzt sind wir noch bei 6,60 Dollar. Also ich bin optimistisch, was Chainlink angeht, alleine aufgrund der Tatsache, dass Chainlink einfach so wichtig ist für das ganze Ökosystem. Wenn es Chainlink nicht geben würde, dann gäbe es diese ganze DeFi-Welt nicht. Und so kann man sagen, Chainlink ist wirklich mit Ethereum ein bisschen verheiratet. Natürlich, Chainlink liefert auch Daten bei Solana oder bei einer Smart Chain, bei Phantom, Avalanche und so weiter. Chainlink arbeitet auch mit anderen Blockchains zusammen. Aber man kann schon sagen, das Hauptgeschäft von Chainlink läuft auf Ethereum. Und wenn Ethereum sterben sollte, dann stirbt auch Chainlink. Davon gehe ich sehr stark aus. Also wenn der Merch nicht erfolgreich ist und Ethereum viele Probleme hat, dann hat auch Chainlink Probleme. Und genauso ist es auch andersrum. Wenn der Merch erfolgreich abläuft und Ethereum sich gut entwickeln kann, dann sollte Chainlink wieder sehr stark anziehen. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. So, das waren diese vier Altcoins. Natürlich gibt es noch ganz viel mehr. Du kannst natürlich auch die ganzen DeFi-Tokens, die Ethereum-DeFi-Tokens kannst du hier jetzt auch noch mit hineinnehmen. Weil diese würden natürlich auch profitieren von einem erfolgreichen Ethereum-Merge. Und ich spreche hier von den DAO-Token wie Curve oder Aave oder Compound oder Maker. All diese DeFi-Token, diese denke ich auch, werden gut performen, wenn der Merch erfolgreich über die Bühne geht. Also warten wir ab auf den Merch. Mensch, es dauert wirklich nicht mehr lange. Ich werde auf jeden Fall wieder berichten, sobald es spannenden News geht. Und das heißt für dich, Kanal abonnieren und weiter meine Videos verfolgen, wenn du nichts verpassen möchtest. Das war es für das heutige Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.